Zukunft gestalten wir bei Siemens nicht durch Technologie, sondern durch die Menschen, denen wir sie weitergeben. Durch junge Frauen und Männer, mit denen wir unsere Visionen teilen, denn sie werden es sein, die alles, was wir heute leisten, morgen um ein Vielfaches übertreffen werden. Erst durch unsere Auszubildenden wird unsere tägliche Arbeit zu dem, was wir Zukunft nennen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Fähigkeit nicht verlernen, mit unseren Ideen zu begeistern. Nur so können wir folgende Generationen für die Fortsetzung unserer Vision gewinnen. Genau hier in unserem Ausbildungszentrum, dem FutureLab, beginnt die Zukunft von Siemens.